Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie ich unsere zweite Online-Leistungskontrolle im Sommersemester 2024 zu den Grundlagen der Elektrotechnik von Hand gelöst habe oder beziehungsweise mit Zahlenrechnungen in Octave und ein paar handschriftlichen Skizzen hier unten für die Herleitung der Formeln und das Umstellen. Und in einem weiteren Video, und die beiden werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, habe ich das Ganze dann nochmal mit ChatGPT gelöst. Kleine Zusammenfassung, also von Hand hatte ich alle 30 Fragen richtig. ChatGPT hat, weil die Schaltungen teilweise etwas unkonventionell gezeichnet waren, sieht ja aus wie eine Reihenschaltung, ist aber eine Parallelschaltung, in Anführungszeichen nur 9 von 30 Fragen richtig. Ich habe das Fensterchen auch noch offen, hier steht jetzt irgendwie sowas wie, du hast deine Limit für ChatGPT 4 erreicht, keine Ahnung. Also ich habe das mit ChatGPT 4 gemacht, offensichtlich hat sich das jetzt irgendwie zurückgesetzt, obwohl ich ja eigentlich mit meinem Account angemeldet bin. Also wahrscheinlich habe ich vorhin ein bisschen viel Token hin und her geschickt in GPT 4, obwohl ich die Bezahlversion habe und wurde deshalb jetzt hier auf GPT 4 Omni umgeleitet, was mir aber relativ egal ist. Hier sieht man jetzt noch das Ergebnis aus diesem ChatGPT Test eben, ja, 9, wenn ich ganz hoch scrolle, 9 von 30 Fragen richtig. Wenn ich so runter scrolle, hier sieht man ein bisschen die Fragen, die da so kommen. Ich bin schon mal mit den Schaltbildern und ich klicke jetzt hier unten einfach auf Neue Vorschau beginnen und wechsle mal hier auf Google Gemini, denn das ist das, was ich in diesem Video ausprobieren möchte. Der Test hat ein Zeitlimit von 90 Minuten, die werde ich hoffentlich in diesem Video nicht brauchen. Ich klicke auf Versuch beginnen und mache jetzt eigentlich nichts anderes, als immer Text von hier hier rüber zu kopieren. Das ist ja sozusagen die Erklärung der Aufgabe und das ist die Frage und dann nehme ich dazu immer noch das Bild, packe das hier auch rein, warte bis das hochgeladen ist und klicke mal auf Absenden. Und hier ist eine Schaltung gegeben mit dem Widerstand, einem Kondensator und einer Spule. Da steht nur, die bilden folgende Schaltung mit resonantem Verhalten und wenn man hier scharf drauf schaut, erkennt man, auch wenn das etwas unkonventionell gezeichnet ist, in der Mitte sind die drei Baudermitte verbunden. Hier außen ringsherum sind die auch alle verbunden, dann gibt es zwei Klemmen A und B. Das ist ein Parallelschwingkreis. Mal gucken, was Gemini hier sagt. Also, Gütefaktor einer resonanten Schaltung beschreibt das Verhältnis von Blindleistung zu Wirkleistung. Und dass man das hier mit 1 durch R Wurzel LC berechnen kann, könnte, das ist leider die falsche Formel. Denn das ist die Formel für den Reinspielkreis. Setzt hier die Werte ein, dann kommt da was ziemlich Kleines raus, 11,3. Also, das wäre gerade so irgendwie resonantes Verhalten. Ich glaube auch nicht, dass das mit diesen Werten da rauskommt, weil bei diesem großen Widerstand, also das hat sich garantiert ja auch irgendwo verrechnet. Und gibt dann noch so ein paar tolle Hinweise, was das jetzt eigentlich sagen soll. Und ich tippe mal diese 11,3. Tja, stark resonant. Also, ich würde behaupten, eine Güte von 11 ist nicht sehr doll. So, und das ist auch falsch. Die richtige Schaltung hat viel mehr, hat um die 100. Okay, also schwacher Start für Gemini. Es geht gleich weiter. Wie groß ist die Resonanzfrequenz dieser Schaltung? Das hatte ChatGPT auf jeden Fall richtig, weil es hier vollkommen egal ist, ob man jetzt hier einen Reinspielkreis, einen Parallelschimpielkreis erkennt. Das ist die gleiche Formel. Das ist auch die richtige Formel, die gefunden wird. Und das wird ausgerechnet, sieht hier nicht so hübsch formatiert aus. Bei ChatGPT wird das eher so in Tech gepasst und umgewandelt. Aber das Ergebnis könnte durchaus stimmen, stimmt aber nicht. Denn es sind irgendwie viel weniger. Also, irgendwie, irgendwo verrechnet sich es hier. Vielleicht mit einer 10er Potenz. Da liegt so ein Faktor 3 dazwischen. Das könnte Wurzel 10 sein. Müsste man jetzt mal nachrechnen. Schwer nachzuvollziehen. Okay, ups. Ich klicke auf die nächste Seite. Es geht mit dieser Frage weiter. Und da muss ich mal einen neuen Prompt mir erzeugen. Und frage mal oder gebe erst mal den Aufgabentext ein und den Fragentext und kopiere das Bild dazu. Und hier ist jetzt eine frequenzabhängige Impedanz gemessen und dargestellt in einem doppelt logarithmischen Diagramm. Es ist gefragt, wie groß ist die in der Schaltung enthaltene Kapazität. Und man würde jetzt sagen, okay, Impedanz einer Kapazität 1 durchhört Omega C, die sehe ich hier vorn. Ja, ich müsste jetzt irgendwo hier vorn einen Impedanzwert ablesen und das in eine Kapazität umrechnen. Und hier passiert schon ganz viel, wie man am Scrollbergen passiert. So, und es sagt, also leider kann ich aus dem Bild allein die Kapazität in der Schaltung nicht bestimmen. Die Impedanz ist zwar frequenzabhängig, aber es fehlen weitere Informationen. So, es sagt ZSU my I. Ich kann das schreiben als Betrag mal Phasenwinkel. Das ist so ein bisschen Wikipedia-Wissen. Wobei das jetzt nicht despektierlich klingen soll. Aber das ist eben, ja, das ist eben einfach dann die Definition einer Impedanz und wie man sie als komplexe Zahl schreiben kann. Na ja, und jetzt erzählt es uns so ein bisschen was. In einer Reihenschaltung wäre es das. In einer Parallelschaltung wäre es das. Und Fazit ohne weitere. Also ich tippe mal hier jetzt 0 ein. Das ist falsch, weil da ist eine Kapazität drin. Die richtige Antwort sind 10 Mikrofahrrad. Also Gemini hat hier einen schwachen Start. Das ist eine neue Aufgabe. Ich öffne einen neuen Prompt, kopiere den Aufgabentext, kopiere den Fragentext und das passende Bild dazu. Klicke nach dem Hochladen auf Absenden. Und es geht weiter. Und hier ist eine Zusammenschaltung von Widerstand und Induktivität. Wenn man jetzt hier scharf drauf schaut, stellt man fest, hier vorne gibt es einen Knoten, hinten gibt es einen Knoten. Das sieht wie eine Reihenschaltung aus, ist aber eine Parallelschaltung. Und mal gucken. Also hier soll man den Leistungsfaktor der Schaltung ausrechnen. Es wiederholt erstmal die gegebenen Größen. Das ist nett. Dann willst du eine Impedanz ausrechnen, schreibt auch eine Formel dafür auf. Jetzt kann man da scharf drauf schauen und stellt fest, das ist die Formel für die Reihenschaltung. Das ist leider der falsche Ansatz. Macht hier irgendwie eine Rechnung. Das Ergebnis könnte vielleicht sogar stimmen für die Reihenschaltung. Ja, Blindwiderstand. Okay. Da fragt man sich schon, wie kann denn das sein? Der Blindwiderstand der Induktivität in der Reihenschaltung kann doch nicht größer sein, doch könnte schon, nee, kann nicht größer sein als die Gesamtimpendanz. Das funktioniert nicht. So, dann macht es irgendwas. Leistungsfaktor ist P durch S. Wirkleistung haben wir nicht im Widerstand. Scheinleistung haben wir insgesamt. Tja, kommt was raus, was größenordnungsmäßig stimmen könnte. Zahlenwertmäßig aber, denke ich, falsch ist. Und das ist auch so. Okay. So, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Bisher leider keine einzige richtig. Das ist jetzt letztendlich die gleiche Aufgabe. Eine bisschen andere Zeichnung, Darstellung dieser Schaltung. Auch das sieht wieder wie eine Reihenschaltung aus. Man sieht aber, hier gibt es einen Knotenpunkt. Die beiden Baulände sind vorne und hier hinten an dem anderen Knotenpunkt verbunden. Auch das, auch hier handelt es sich um eine Parallelschaltung. Ich öffne einen neuen Prompt, kopiere den Fragentext, kopiere oder den Erklärungstext, kopiere den Fragentext und das passende Bild dazu. Und klicke auf Absenden und bin mal gespannt. Also hier ist der Scheinwiderstand, der Betrag der komplexen Impedanz gefragt. Und wie gesagt, auch hier wäre das eine Parallelschaltung. Ich müsste die beiden Admittanzen addieren, das Reziproke bilden, um auf eine Impedanz zu kommen. Davon den Betrag ausrechnen im Komplexen. Und auch hier wird der falsche Ansatz gewählt über eine Reihenschaltung. Und dann wird die Kreisfrequenz berechnet. Das wird noch stimmen. Das ist schon falsch, weil das eben der Wert für die Reihenschaltung ist. Das sieht ja auch wirklich nicht toll aus, muss man aber sagen. Also da ist Chachipiti. Also hier stehen wenigstens überall die Einheiten mit drin. Aber das sieht in Chachipiti schon viel, viel, viel schöner aus. Und da kommt jetzt 411 Ohm raus. Das übernehme ich mal. Denke, dass das auf jeden Fall falsch ist, was hier auch rauskommt. Das sind viel, viel, viel weniger. Und es gibt hier immer noch so Hinweise dazu. Ja, das stimmt. Mit steigender Frequenz nimmt das zu. Da kann man ein Impedanz-Dreieck malen. Also sozusagen ein Zeigerbild. Und RL-Schaltungen werden in Filtern, Dämpfern, Resonanzkreisen eingesetzt. Das ist bestimmt alles richtig. Aber das hilft dir nicht bei der Lösung der Aufgabe. Also bis jetzt keine einzige Antwort richtig. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich zurück? Man kann hier übrigens auch ein Gemini Advanced kaufen. Weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Also muss man irgendwie upgrade. Das interessiert mich jetzt mal kurz. Was muss ich machen, um zu upgraden? Okay, also ich brauche ein Google Premium Abo. Ein Google One AI. So ähnlich wie Chachipiti. Ungefähr 20 Dollar im Monat. Tja, also Gemini stellt sich nicht wahnsinnig schlau an. Ich weiß nicht, ob ich hier Geld dafür bezahlen würde, für eine Variante, die sich dann perspektivisch nicht so wahnsinnig viel schlauer anstellt. Also ich gehe mal auf diesen vorhandenen Prompt hier zurück. Immerhin das funktioniert hier in dem User Interface besser als bei Chachipiti. Da muss man die Seite mal neu laden. Und frag mal, wie groß ist denn die in der Schaltung enthaltene Induktivität? Und falls es die nicht gibt, soll man 0 angeben. Und tja, es sagt jetzt, man kann aus der Schaltung nicht die Induktivität bestimmen. Impedanz wäre wieder das und das. Und um die Impedanz zu bestimmen, Frequenz des Signals, für sich den Wert bekannt. Naja, also man könnte jetzt hier drauf scharf drauf schauen auf die Skiz und sagen, Impedanz einer Induktivität wäre J Omega L. Dann müsste das irgendwie mit der Frequenz ansteigen. Das macht es hier nicht, also ist hier keine Induktivität drin. Und ich frage mal zurück, ist in der Schaltung eine Induktivität vorhanden? Ja oder nein? Weil das könnte man jetzt nochmal so zurück, es lässt sich nicht eindeutig beantworten. Ja, also alles schwierig. Da kommen noch so ein paar Hinweise, Messfehler, parasitäre Elemente. Zum Beispiel Schaltplan. Ja, darum geht es ja genau. Es geht darum, aus dem Diagramm einen Schaltplan der Schaltung zu erstellen. Genauere Messungen, naja, okay. Also ich tippe hier mal eine 0 ein. Das ist richtig an der Stelle. Das wird jetzt vermutlich vielleicht, möglicherweise kann auch die einzige richtige Antwort sein, die Gemini hier rät. Also da ist keine Induktivität drin. Okay, machen wir weiter. Ich glaube, diese Schaltung habe ich hier noch nicht so gesehen und eingebaut. Deswegen mache ich mal einen neuen Prompt auf. Tipp wieder, kopiere wieder den Text, kopiere die Frage und im Anschluss auch noch die Schaltung. Auch die sieht aus wie eine Reihenschaltung, ist aber auch hier eine Parallelschaltung. Etwas unkonventionell gezeichnet extra, um die Large Language Models zu verwirren. Ja, weil man sowas eben nie im Trainingsmaterial sieht oder äußerst selten, würde ich sagen. Und wir gucken mal. Also Blindwiderstand der Induktivität. Tja, das ist aber auch was, was man ohne die Schaltung zu verstehen ausrechnen könnte. Das ist einfach Omega L. Also wenn es jetzt hier noch einen Punkt hat, würde mich nicht wundern. XL Berechnung 41,9 Ohm. Das kann durchaus stimmen. Das erscheint mir plausibel. Es sei denn, es hat sich in der Zahlenrechnung vertan. Und das hat es. Also das interessiert mich jetzt mal wirklich. Da gehe ich nochmal in mein Oktav rüber. Dann gehe ich mal ins Befehlsfensterchen und tippe das jetzt mal einfach ab. Also zweimal, hier kann man auch gar nichts falsch machen. Zweimal Pi mal 45 mal 0,145. Ja, sind 40,99. Sind 41, nicht 41,9. Also sorry, das System ist einfach doof. Also das ist wirklich einfach dumm wie die Nacht, wie man sagen würde. Ähm, es geht hier einfach um eine Multiplikation von vier Zahlenwerten. Ähm, das ist einfach sehr, 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 sehr schwach. Also das sind, wären geschenkte Punkte gewesen. Leider, leider nicht. Okay. Es geht wieder weiter mit dem Parallelschwingkreis. Das war, äh, Berechnung des Scheinwiderstandes. Das letzte Thema. Jetzt muss ich mal so ein bisschen, ja hier, ein bisschen die Schrift kleiner machen, dass ich noch mehr Themen sehe. Wie groß ist die absolute Bandbreite dieser Schaltung? Dadurch, dass es vorher schon hier einen Reinschwingkreis, ähm, erkannt hat, würde ich vermuten, dass es hier auch nicht sonderlich gut aussieht. In der LC-Schaltung, weil B-Omega, das ist jetzt, das wäre eigentlich die Güteformel. Ja, und das ist auch, das ist leider schon total der falsche Ansatz. Also das wäre die Formel für die relative Bandbreite, nicht für die absolute Bandbreite. Und zwar für die relative Bandbreite von einem Reinschwingkreis. Oder für, ne, naja, obwohl, Moment, äh, R durch Wurzel, äh, ne doch, vielleicht täusche ich mich. Ich habe jetzt hier gerade L durch 10. Naja, also auf jeden Fall würde ich vermuten, hier ist ja umso größer der Widerstand, umso größer ist die absolute Bandbreite. Ähm, das ist die Formel für einen Reinschwingkreis. Also, das wird falsch sein. 74 Hertz steht da unten, ähm, könnte sein, passt aber nicht. Also größenordnungsmäßig war das gar nicht so falsch. Okay, dann haben wir wieder diese Schaltung von vorher. Das war, glaube ich, diese hier, ganz genau. Und jetzt geht es weiter. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand? Jetzt müsste man hier eine Stromteilerregel nutzen, denn es ist ja eine Parallelschaltung. Und das versucht das jetzt ja auf irgendwie eine andere Art und Weise zu lösen aus der, ja, falschen Impedanz, die es vorher ausgerechnet hat. Hier steht auch circa, ja, also, als ob man das nicht exakt ausrechnen könnte. So, halb, also zumindest numerisch exakt. Okay, so, daraus versucht es jetzt einen Strom zu bestimmen und aus dem Strom, äh, eine Spannung zu bestimmen. Aus der Spannung rückwärts ich den Strom. Das ist gar nicht so dumm. Das ist schon ein ganz kluger Ansatz. Und da kommen jetzt 2,12 Ampere raus. Tja, und jetzt kann man mal gucken, da fließen ja nur 0,5 Ampere rein. Wie soll denn durch den Widerstand da jetzt 2,12 fließen? Das stimmt nicht, ne? Es muss ja weniger Strom werden, ähm, was ja auch passiert. Also, tja, falsch. Wie groß ist der Phasenwinkel? Das Argument der komplexen Admittanz der Schaltung. Also, hier müsste man jetzt sagen, ich nehme die Admittanz, ich nehme diese Admittanz, addiere die, weil es ja eine Parallelschaltung, und rechne mir daraus den Phasenwinkel aus. Und jetzt sagt es hier, also Z haben wir ja, Kerbert von Z ist das. Dann können wir mit dem Konjunkturkomplexen erweitern, um das zu vereinfachen. Ja, kann man machen. Man könnte auch einfach das direkt in die Exponentialform umwandeln aus Real und Imaginärteil. Das ist unnötig aufwendig, würde ich mal sagen. Und jetzt nehmen wir aber immerhin richtig den Arcus Tangens vom Imaginärteil durch den Realteil. Dann kommen 31,5, äh, 31,0 Grad raus. Also, das sollte auf jeden Fall schon mal negativ sein. Und das bedeutet, dass der Strom dem Spannungsmaximum nacheilt. Das stimmt, ne, an Induktivitäten, Ströme sich verspäten. Tja, ich vermute trotzdem, dass das, das wäre vielleicht, wenn ich ein Minus davor geschrieben hätte, wäre es vielleicht sogar richtig gewesen innerhalb der Toleranz. Aber so richtig, richtig ist es nicht. So, dann sind wir wieder bei diesem Prompt. Wie groß ist der Scheinwiderstand der komplexen Impedanz bei einer Frequenz von 3 Kilohertz? Könnten wir jetzt hier gucken. Hier sind es 1 Kilohertz, 2 Kilohertz, 3 Kilohertz. Das sind einfach 100 Ohm. Da sollten 100 Ohm rauskommen. Oh, und jetzt antwortet es auf einmal auf Englisch. Das ist interessant. Unfortunately, I cannot determine the exact value of the Impedanz. The Impedanz shows the frequency dependent, but it lacks specific data points for the desired frequency of 3 Kilohertz. So, I would say, Gemini, you are wrong. So, for 3 Kilohertz, we have a value, but naja, gut. So, jetzt sagt er irgendwas. Mathematical expression, bla, bla, equivalent circuit, substitute the frequency. Als, ich habe keine Lust, das jetzt, too long didn't read, würde man sagen. Auf jeden Fall kann es uns nicht eine präzise Antwort geben. Was tippe ich jetzt hier ein? I cannot prevail. Naja, also ich tippe mal 0 ein. Jetzt haben wir sozusagen keine Antwort. Irgendwas muss ich hier mal eintippen. Also es wären 100 gewesen. 3 Kilohertz, 100 Ohm, 10 hoch 2. Also ein Diagramme auslesen, no chance, no way, no how, ist es irgendwie nicht sehr gut. Das ist ein neuer Aufgabentyp. Dafür kopiere ich, wie immer, den Aufgabentext und die Fragestellung und das dazugehörige Bild. Und klicke schon mal auf Senden. Und dann können wir hier drauf gucken. Hier ist jetzt der Mittelwert gefragt. Flächen oberhalb der Zeitachse 10 positiv, Flächen unterhalb der Zeitachse negativ. Die beiden sind gleich groß, die beiden sind gleich groß. Der Mittelwert sollte 0 sein. Und jetzt macht sie erst mal eine Lösung. Bögen einer Sinusfunktion über jeweils 90 Grad. Das ist schon mal ganz richtig. Der Mittelwert einer Sinusfunktion über eine halbe Periode ist gleich dem Effektivwert der Sinusfunktion, die wieder durch die Wurzel 2. Okay, kann man bestimmt so machen. Ja, der Effektivwert der Sinusfunktion. So, na gut. Und jetzt macht sozusagen Wurzel 2 durch Wurzel 2. Also einfach spitzen finden. UM ist UM durch Wurzel 2. Naja, das ist alles falsch. Also hier sollte irgendwie 0 rauskommen. Die Formel hier, die verstehe ich auch nicht so richtig. Und jetzt erzählst du uns hier noch irgendwie so ein bisschen was dazu. Der Effektivwert der Spannung, ja und der Mittelwert der Spannung ist eben 0. Das, dies bedeutet, dass die Glühbirne im Durchschnitt weniger Leistung diszipiert, als wenn sie mit einer Gleichspannung. Also das ist alles äußerst fragwürdig, was hier rauskommt. Das ist auch falsch. Dann gehe ich zurück auf diese schöne Schaltung. War das die? Genau. Und mache mal weiter. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch die Induktivität? Auch hier Stromteilerregel. Wahrscheinlich sagt es uns wieder, lass mal aus einer Impedanz eine Spannung ausrechnen. Aus einer Spannung und der Teilimpedanz wieder rückwärtig den Strom. Das kann man im Prinzip machen. Das ist so wie die, wenn man die Stromteilerregel herleiten würde, rechnet hier was aus, macht ein Beispiel. Ach so, jetzt verstehe ich das angenommen. Ja, Effektivwert der Spannung ist nicht bekannt. Wurde der Effektivwert des Stromes angegeben? Naja, also ich meine, es widerspricht sich hier so ein bisschen selbst. Ich kopiere mal diesen Wert hier, weil das am ehesten nach einem Strom-IL aussieht. Das ist aber natürlich im Prinzip falsch, weil ja hier mit 100 Volt gerechnet wurde. Also, obwohl es ja hier oben aus Z und U und IL eigentlich oder, ja, egal. Ich bleibe dabei, es versteht einfach nicht, was es tut. Und kann deshalb diese Aufgabe auch nicht so richtig gut lösen. So, dann gehen wir wieder zum Mittelwert der Spannung und fragen mal, wie groß ist der Effektivwert der Spannung? Also hier könnte ich mir vorstellen, dass Gemini das sogar schafft, weil es vorher schon mal was von Faktor 2 erzählt hatte und sowas. Also, periodische Zeitdauer der Spannung T ist gleich 180 Grad. Das ist so, auf so vielen Ebenen so geil falsch. Also, ja, also eine Zeit müsste Sekunden haben. 180 Grad ist eine halbe Periode. Also, naja. Okay, also auf jeden Fall, wenn man 178 durch Wurzel 2 rechnet, könnte das rauskommen. Und das, wenn es hier die Zahlenrechnung nicht versiegt hat, könnte auch der Effektivwert sein. Und das ist auch richtig. Die richtige Antwort ist zwar wieder eins weniger. Warum? Es war vorhin schon, vorhin lag es auch um eins falsch. Das verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich wieder nicht. Aber egal. Ja, also, keine Ahnung. Es kann einfach nicht rechnen. Also, es rechnet, wie wenn es etwas ausrechnet, auf jedes Ergebnis immer eins drauf rechnet. Egal. Hier war das auf jeden Fall noch innerhalb der 1% Toleranz. Also, es hat sich mal wieder einen Punkt geholt. So, die Schaltung hatten wir auch schon mal. Das könnte vielleicht die hier gewesen sein. Ne, da muss das noch die davor gewesen sein. Mehr anzeigen. Das war, glaube ich, diese hier richtig. So, wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Scheinleistung? Und was müsste man machen? Man könnte die Gesamtimpedanz ausrechnen, aus dem Gesamtstrom, die Gesamtspannung ausrechnen. Dann einfach U mal I konil komplex. So, und also, hier wird jetzt auch gesagt, wir müssen mal U mal I rechnen. U kriegen wir raus aus I mal Z. Z haben wir ja schon mal irgendwie ausgerechnet. Kommt auf 40 Volt. Multiplizieren wir es beides miteinander. Auch das ist, das ist, das ist auch wieder so, ich weiß es nicht, ich kann das immer nicht in Wörter fassen. 40,8 mal 0,5 sind 40,8. Also, Gemini ist einfach nicht, also, die Rechenfähigkeiten sind noch optimierungsfähig, sind noch ausbaufähig, sagen wir mal so. Ja, also, das ist leider falsch. Und das ist auch so offensichtlich falsch, dass es fast schon wieder humoristisch ist. So, dann könnte das der richtige Prompt gewesen sein, wo die Schaltung drin auftauchte, ganz genau. Und ich mache mal weiter, wie groß ist der Scheinleitwert, also der Betrag der komplexen Admittanz der Schaltung. Wir würden wieder Admittanz von diesem Zweig und Admittanz von diesem Zweig nehmen, addieren, einfach der von dem Betrag bilden. So, und die Admittanz wurde ja schon mal ausgerechnet. Das war aber, glaube ich, falsch, weil da wurde eben als Ansatz die Reihenschaltung gewählt. Jetzt sagt das, Realte zum Quadrat, Immaginate zum Quadrat, daraus die Wurzel. Das ergibt den Betrag, setzt das ein, kommen, größenordnungsmäßig, würde ich sagen, kann das stimmen, was ziemlich klein ist, sind Siemens raus. Und das ist jetzt ein Maß für die Leichtigkeit, mit der der Strom durch diese Schaltung fließen kann. Wir prüfen das mal, es ist leider falsch. Aber es ist subtil falsch, ja. Also das ist ziemlich dicht dran. Da fehlt sozusagen die, ja, das ist außerhalb der 1% Toleranz. Ist aber interessanterweise trotzdem richtig. Also hier muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ich meine R und L, aber das, das war ja schon, also das interessiert mich jetzt mal kurz, ähm, einfach vom, von den Werten her. Ich ziehe mir das mal kurz hier rüber und mach mal hier ein CLC, um hier ein bisschen aufzuräumen. Also wir haben R sind 25 Ohm, wir haben L sind 145 mH, das sind 10 hoch minus 3, Frequenzen 45 Hertz und Omega ist 2 mal Pi mal F. So, und jetzt können wir eben sagen, also Y ist 1 durch R plus 1 durch J mal Omega mal L. Das ist die Admittanz, naja, und dann ist das gar nicht so weit weg von dem, was hier mal ausgerechnet wurde. Wo ist denn jetzt das Ergebnis? Hier ist die Admittanz 0,04 minus, also das ist schon spannend. Hat es das jetzt aus dem Z ausgerechnet? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, Z ist 1 durch Y, ja, dann kommt da eben was ganz anderes aus, als was hier steht. Also es hat das Z falsch ausgerechnet. Das ist der alte Spruch von den Physikerinnen. Die Anzahl der Fehler muss immer gerade sein, damit sich zwei Fehler gegenseitig aufheben können. Also das ist jetzt so ein bisschen faszinierend, ne? Es rechnet eine falsche Impedanz aus mit dem komplett falschen Ansatz. Und dann ist auf einmal die Admittanz richtig. Aber hat es die Admittanz schon mal vorher richtig ausgerechnet? Hier, der Kehrwert von Z. Nach Ausmultiplizieren und Umformen erhalten wir das. Aber wenn ich das so rechnen würde, würde doch das da nie rauskommen. Also das verstehe ich auch wieder nicht. Durch das mal das. Also das ist komisch. Ja, und ich meine, klar, wenn ich jetzt hier Abs Y ausrechne, den Betrag, dann kommen eben diese 0,4685, 0,469 raus. Und 0,046 ist eben 46 zu 47. Das ist schon mehr als ein Prozent Abweichung. Okay, also nicht, nicht einfach, ist einfach nicht nachvollziehbar, was hier passiert. Ja, ist also, es hilft leider überhaupt nicht bei der Lösung solcher Aufgaben. So, dann sind wir wieder bei dieser Impedanzaufgabe. Das war diese hier. Naja, und ich meine, wenn es schon vorher keine Impedanz und Admittanz und so erkannt hat oder Kapazität und Widerstand, wird es auch bei der Frage nach der dualen Schaltung, um die es hier geht, versagen. Und es antwortet spannenderweise wieder auf Englisch und sagt also, Impedanz und Admittanz sind reziproke Größen. Ja, und jetzt schreibt es dann uns irgendwie so eine schöne Formel auf und stellt das so ein bisschen um und macht irgendwie eine Einheitenbetrachtung. Also, das Problem ist eben, es ballert einen mit Informationen zu, die einen eigentlich nicht interessieren und die auch in dem Fall nicht wahnsinnig hilfreich sind. Aber interessanterweise, das finde ich wirklich faszinierend. Also, ich meine, vorher hat es nicht mal eine Kapazität oder irgendwas hier ablesen können. Und jetzt, wenn ich nach was viel komplizierteren frage, dann sagt es auf einmal, ja, da kommen 111 Millihenri raus. So, das kopiere ich mal hier rein. Ich klicke mal auf Prüfen. Das ist mit Sicherheit falsch. Also, das hätte mich sehr gewundert. Aber interessanterweise, der Zahlenwert stimmt schon irgendwie, ja. Ja, weil es eben hier was mit einem Neuntel macht und weil es wahrscheinlich irgendwo annimmt. Also, meine Zahlenwerte in der Originalschaltung, die sind eben 10 Mikrofarad und 100 Ohm. Und vielleicht nimmt es wieder an. Ja, ich weiß nicht so richtig, was das ist, aber lass uns mal einen Ohm oder so annehmen. Tja, ich, also zumindest so beim schnellen drüber scrollen und drauf schauen, werde ich hier aus dieser Antwort nicht so richtig schlau. Das passt zumindest nicht. Ich meine, es kann nicht, eine Kapazität kann nicht so groß sein wie eine Induktivität. Das geht einfach einheitmäßig gar nicht. Also, vielleicht entspricht die dieser, aber eben doch nicht im Sinne einer direkten Äquivalenz. Und wo es jetzt am Ende diesen, therefore, die Induktions in the Dual Circuit ist 1 9th of an Ohm. So, und das wandelt jetzt irgendwie um. Tja, also es nimmt irgendwo mal einen Ohm an wahrscheinlich. Nö, es sagt, ach ja, lass uns mal, okay. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall falsch und hilft nicht für den Test. So, dann muss ich mal die passende Schaltung suchen. Ich glaube, das könnte diese hier gewesen sein. Genauso sieht es aus. Und frage jetzt, wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Blindleistung? Und da gibt es zumindest die richtige Formel aus. U mal I mal Sinus Phi. Und sagt, okay, hier das Phi können wir ausrechnen aus XL durch R. Ja, könnte man prinzipiell so machen. Wenn das eine Reihenschaltung wäre, ist es aber nicht. Ja, und dann kommen da irgendwie Phasenwinkel raus. Und dann rechnet es das Q aus und sagt 31,8 Volt Ampere reaktiv. Ich würde vermuten, von dem, was wir vorhin schon mal ausgerechnet haben, dass das weniger sind. Größenordnungsmäßig ist das aber nicht aus der Welt. Ja, ist aber deutlich kleiner. So, und es erzählt uns noch ein bisschen was dazu, was aber eigentlich jetzt keinen interessiert. Dann sind wir wieder bei der Mittelwertaufgabe. Das war die hier. Und hier wird gefragt, welche mittlere Leistung wird im Widerstand umgesetzt. Da könnte ich jetzt vermuten, dass Jiminy da nochmal einen Punkt macht oder einen Punkt hat. Denn den Effektivwertsatz hat es ja vorher richtig ausgerechnet. Jetzt müssen wir einfach Effektivwert Quadrat durch R rechnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier bei der Rechnung vertut, weil es sich vorher immer bei Rechnungen vertan hat, die irgendwie vergleichsweise einfach waren. 880 Watt, probieren wir mal aus. Hey, richtig. Und sogar nicht 881 ausgerechnet, obwohl es nur 880 sind. Also, ja, der dritte Punkt. Der dritte Punkt, den es geschafft hat. Okay. So, wir sind bei zwei Drittel aber schon der Fragen angekommen. So viele Punkte kannst du nicht mehr holen. Das war vielleicht Berechnung des Scheinwiderstandes. Genau, das war dieser Prompt. Und da ist jetzt als nächstes gefragt, welchen Blindwiderstand muss man der Schaltung in Reihe schalten, damit sich der Leistungsfaktor auf 1 erhöht. Und den soll man bitte schön gern in Ohm angeben. So, und jetzt sagt CR-Schaltung wiederhut nochmal so ein paar Sachen. Sagt, Tangens Phi können wir ausrechnen mit dieser Formel. Das wäre aber die für die Reihenschaltung, ist aber eine Parallelschaltung, passt schon nicht so richtig. Dann kommt ein Phasenwinkel raus. Ja, das ist ja auch mathematisch höchst fragwürdig. Tangens Phi ist gleich, ist gleich. Ungefähr ist gleich 70 Grad. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. So, und jetzt rechnet es ein XC aus als R durch Tangens Phi. Es sagt, den Tangens Phi müssen wir auf 1 reduzieren. Also die Formel würde ich ja sagen, die würde vielleicht gelten. Nee, das gilt einfach nicht. Nee, so, also, also ich finde, die Antworten sind hier einfach sehr lang und enthalten unnötig viel Blabla. Also wahrscheinlich, weil man das Modell eben so dahin trainiert hat, immer nochmal ein Fazit und zusätzliche Hinweise. Wahrscheinlich haben eben Nutzen in vorherigen Studien das als hilfreich eingestuft, dass das so ist. Aber das ist hier falsch und ein kapazitiver Blindwiderstand als Imaginärteil der komplexen Impedanz muss für eine kapazitive Schaltung auch negativ sein und nicht positiv. Aber gut, das ist so ein bisschen Definitionssache. Da könnte man sich noch drüber streiten. Dann sind wir wieder bei dem Aufgaben prompt und jetzt sind wir wieder bei einer dualen Schaltung. Ich vermute, dass es jetzt auch wieder auf Englisch antwortet. Und das ist auch der Fall. Und jetzt sagt es, okay, also wir haben eine Admittanz, die kann man schreiben aus G plus J B. Aus Konduktanz und Suszeptanz setzt die sich zusammen. Und wir haben dieses, mit diesem Faktor 9, der da steht. Und jetzt macht es wieder irgendwie so Herleitung, 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 Original-Schaltung, Tja, also ich behaupte ja mal, dass meine Herleitung, die ich hier unten gemacht habe, kürzer und auch nachvollziehbarer war. Ich will gerade nochmal hier drauf zeigen. Also das war mit Sicherheit einfacher nachzuvollziehen, als das, was hier rauskommt. Also wenn ich jetzt übe und trainiere für solchen Test und hier Gemini frage, ob der mir das mal erklären kann oder sie, ich weiß nicht, ob Gemini männlich oder weiblich ist, dann weiß ich nicht, ob das viel hilft. Aber es ist wirklich einfach unnötig lang und hilft, glaube ich, nicht beim Verständnis und der Nachvollziehbarkeit. So, auf jeden Fall kommt hier raus ein Neuntel Siemens, weil es irgendwo wieder einen Ohm angenommen hat, vermutlich, als Dings für die Originalschaltung. So, ein Neuntel kann ich hier, glaube ich, nicht rein tippen. Also ein Neuntel sind 0,11. Ich packe das mal kurz in den Oktav rein. Nur so zur Sicherheit 0,111. Fügen das mal hier ein. Mit einem Komma statt einem Punkt klicken auf Prüfen. Und das ist falsch. Ja, es sind 900. Also, tja, nicht gut, nicht hilfreich. Dann sind wir in dem gleichen Prompt und fragen, wie groß ist der Scheinwiderstand als Betrag der komplexen Impedanz bei einer Frequenz von einem Hertz. Das ist hier vorne 10,0 sind ein Hertz. Und dann kann man gucken, hier sind ein Kilo Ohm, zehn Kilo Ohm, hier oben, hier oben wären 20 Kilo Ohm, hier wären vielleicht 14 Kilo Ohm, 15 Kilo Ohm, irgendwie sowas. So. Und es erzählt uns eine ganze Menge und eine ganze Menge und eine ganze Menge und am Ende kommt es nicht auf eine Antwort raus. In your case. Tja, aber ich meine, es hat ja das Bild da oben. Aus dem Bild könnte es das ablesen, macht es nicht. Ich tippe 0 ein. Und das ist falsch. Es sind eben, ja, nicht 14.000, nicht 15.000, sondern knapp 16.000 Kilo Ohm. Also, es lässt sich in so einer Doppellogarithmischen Darstellung hier oben wirklich ein bisschen schwierig ablesen, wie viele das sind. Aber hier wäre auch eine großzügige Toleranz eingestellt gewesen in dieser Aufgabe. So, wir sind bei der 23. Frage und zufällig wieder bei dem gleichen Aufgabentyp und ich kann im gleichen Prompt bleiben und frage jetzt, wie groß ist der in der Schaltung enthaltene Widerstand? Hier hinten wird der Widerstand wirksam in der Schaltung. Die Kapazität wird immer nieder-ohmiger und bei hohen Frequenzen dominiert der in Reihe geschaltete Widerstand. Und hier sagt es uns jetzt einfach auch, außer viel Text, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Lass mich mit dem Problem in Ruhe. Also, ich tippe mal 0, eine richtige Antwort ist 100. Die sieht man ja auch einfach die 100 Ohm. 10 hoch 2 Ohm hier an der Stelle. Okay, wir kommen zur 24. Frage. Das müsste diese Aufgabe hier vielleicht sein oder dieser Prompt sein, ganz genau. Wie groß ist der Effektivwert der Spannung, die über der Schaltung abfällt? Das wollte es ja, glaube ich, zwischendurch immer schon mal ausrechnen, um hier so Teilströme auszurechnen. Und ich glaube, so richtig ist ihm das nicht gelungen, weil es hat ja immer eine Spannung von 100 Volt angegeben. Also wir bräuchten den Effektivwert des Stromes, den haben wir, der steht hier oben, 0,5 Ampere. Und wir bräuchten den Gesamtwiderstand der Schaltung. Den hat schon mal ausgerechnet, der war aber leider falsch. Also erstens ist das die Formel für die Reihenschaltung. Zweitens ist der Zahlenwert hinten falsch. Es ist einfach an vielen Stellen falsch. So, jetzt kann man U sagen, U ist Z mal I, das passt und kann diese Werte da einsetzen und kann daraus den Betrag bilden, den Effektivwert als Real und Immaginate zum Quadrat. Davon die Wurzel kommt angeblich auf 56,2 Volt. Größenordnungsmäßig kann das passen. Numerisch würde ich sagen, ist das falsch. Da kommt viel weniger raus, weil die Impedanz viel kleiner ist, weil das ja eine Paradieschaltung ist. Okay, leider falsch. Es geht weiter mit dieser Frage. Da weiß ich nicht, dann war das glaube ich auch nicht dieser Prompt, sondern dieser hier. Wie groß muss der, muss ein zu der Schaltung in Reihe geschalteter Kondensator sein, damit sich der Leistungsfaktor auf 1 erhöht? Also man müsste die induktive Blindleistung hier ausrechnen. Dann sagen induktive Blindleistung muss gleich der kapazitiven Blindleistung der Kompensation sein. Und aus der kann man dann die Kapazität ausrechnen. Kapazität ist 1 durch Omega XC. Das passt. XC haben wir vorher schon mal ausgerechnet. 13,9 Mikrofarad. Könnte größenordnungsmäßig stimmen. Ist aber falsch. Müsste jetzt hier noch deutlich größer sein. Wird daran liegen, dass hier vorher eben ziemlich viele Unstimmigkeiten und Fehler im Rechenweg sind. So, und es gibt wie immer einen Haufen zusätzliche Hinweise. Ein Fazit, Anwendung. Blablub. Dann gibt es eine vor, 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 letzte Frage oder sowas zu dem Parallelschwingkreis. Und hier wird nach der Resonanzkreisfrequenz gefragt. Diese könnte es vielleicht auch noch gut ausrechnen, weil es könnte ja einfach raten, Parallelschwingkreis oder Reinschwingkreis, egal, ist es die gleiche Formel. Ja, und wir haben schon mal eine Resonanzfrequenz ausgerechnet in Hertz offensichtlich oder auch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt 2xC mal F und rechnet eine Resonanzkreisfrequenz aus von 11.784 Radiant pro Sekunde. Das übernehme ich mal. Und das ist leider falsch. Es sind viel weniger. Keine Ahnung, wo da der Rechenfehler liegt. Wurzel vergessen bei irgendeiner vorherigen Rechnung. 10er Potenz vergessen. Also ich könnte mir vorstellen, kurze Probe, wenn ich das nehme und mal Wurzel 10 rechne, ne, dann kommt aber auch was anderes bei raus. Also, wenn es irgendwie eine 10er Potenz vergessen hätte unter der Wurzel, keine Ahnung. Oh, wie günstig, gleiche Aufgabe, gleicher Prompt, wie groß ist die relative Bandbreite dieser Schaltung? Und jetzt sagt es, relative Bandbreite ist U, 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 B Omega durch Fr. Also ich kann B Omega durch Omega R rechnen oder ich kann Fr, äh, F, BF durch Fr rechnen. Also entweder das hier ist ein Radiant pro Sekunde und das ist ein Radiant pro Sekunde oder das ist ein Herz und das ist ein Herz. Aber das eine durch das andere geht nicht, kommen 0,25 raus. Das geht zumindest größenordnungsmäßig schon mal in die richtige Richtung, sollte aber noch deutlich kleiner sein. Und das deutet auf eine mittelbreite Schwingung hin, was auch immer sich dahinter verbirgt. Naja, so und jetzt gibt es nochmal eine alternative Berechnung und da kommt aber der gleiche Zahlenwert raus. Die alternative Berechnung ist aber auch suspekt, würde ich mal sagen. Ja, also da kommt was viel kleiner aus bei raus. So, dann glaube ich war das, ähm, dieser Prompt hier. Ne, dann war es dieser Prompt hier. Ne, da muss es noch einer gewesen sein mit, wo es irgendwie um Leistungsfaktor in R-Schaltung, das, der hier, der, der muss es gewesen sein. Genau, der ist es. Wie groß ist die in der Schaltung umgesetzte Wirkleistung? So, und wie würde man das rechnen? Man könnte sagen, ich rechne die Scheinleistung aus, die gesamte Komplexe nehme davon den Realteil oder ich rechne mit einer Stromteilerregel den Strom durch den Widerstand aus und mache dann I² mal R oder ich mache das irgendwie über die Spannung und U² durch R. So, es sagt jetzt hier U mal I mal Cosinus Phi. Das ist prinzipiell auch nicht verkehrt. Setzt da irgendwie diese Werte ein, sagt Cosinus Phi ist das und das. Das, ähm, ja, würde funktionieren, wenn wir eine Reihenschaltung hätten. Haben wir aber nicht. Und dann kommen 6,25 Watt raus. Das klingt größenordnungsmäßig tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ähm, aber ich glaube, das sind zu viel Spannung. Keine Ahnung, ob der Winkel stimmt. Ähm, also nochmal ein bisschen weniger. Aber es ist dicht dran, dicht dran, nicht allzu weit weg. So, und dann war das ja jetzt in dem Prompt die Schaltung. Jetzt muss ich nochmal den suchen, wo wir die andere Schaltung hatten. Das war dann meiner Erinnerung nach diese hier. Ganz genau so sieht es aus. Und hier kopiere ich wieder die Frage. Frage, und das ist ja schon die vorletzte, gleich ist es geschafft. Hier ist gefragt, wie groß ist das, wie groß ist der Phasenwinkel, beziehungsweise das Argument der Impedanz. Also wir müssten die Admittanzen zum Beispiel addieren, eine Impedanz umwandeln und dann einfach den Phasenwinkel bestimmen. Der sollte positiv sein. Hier wird jetzt wieder ein Ansatz gewählt, wie wenn das eine Reihenschaltung wäre. Der ist falsch. Also da kommt natürlich so ein Winkel raus zwischen 0 und 90 Grad, der auf eine Ohmsch induktive Schaltung hinweisen würde. Ich vermute aber trotzdem, dass der jetzt hier zahlenwertmäßig falsch ist. Klicke mal auf Prüfen. Und das ist auch so, der ist anders. Also man sieht, ne, auch nicht so wirklich. Also das ist so ein bisschen was wie so der Komplementärwinkel. Also wenn ich die beiden addiere, ungefähr kommen da 90 Grad raus. Auf die Art und Weise, irrt es jetzt hier. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Das ist wieder eine, die sich auf den Parallelschwingkreis bezieht, wo ich diesen Prompt habe und nutze eben hier nochmal die Kopierenfunktion. Füge die letzte Frage ein, wie groß ist die absolute Bandbreite BF dieser Schaltung. Und es versucht mir was zu erzeugen und sagt, ich habe ja schon mal die absolute Bandbreite B Omega ausgerechnet. Das waren 74 Hertz. Und deswegen ist jetzt die absolute Bandbreite auch wieder 74 Hertz. Also es versteht hier nicht so richtig den Unterschied zwischen B Omega, also bezogen auf eine Kreisfrequenz und BF bezogen auf eine Frequenz. Und das kann eben nicht genau der gleiche Wert sein. Also der hier müsste 2 mal Pi mal so groß sein wie dieser hier. Oder wenn ich den nehme und mal 2 Pi rechne, dann komme ich auf den da. Ich kopiere die mal 74 Hertz größenordnungsmäßig, ich kann da stimmen, ist aber trotzdem weniger, sind nur weniger als 7 Hertz. So und damit gibt es schon mal eine kleine Zusammenfassung hier. Also von 30 Fragen wirklich nur 3, desaströse 3 richtig berechnet. Ich gebe mal den Versuch ab. Und dafür auch ziemlich viel Zeit gebraucht. Also Gemini ist wirklich nicht gut und auf jeden Fall kein Wettbewerb für ChatGPT und Claude, was ich jetzt gleich noch in einem weiteren Video gleich testen werde. Keine Ahnung, vielleicht wäre diese Bezahlvariante, die mir irgendwo mal hier angeboten wurde, Gemini Advanced. Vielleicht wäre die etwas besser so richtig, richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Man macht ja eben irgendwie aus einem Trabant keinen Sportwagen, vermutlich auch wenn man da ein bisschen Rennbenzin reinkippt. Also Gemini ist weiterhin für Aufgaben dieses Typs nicht so wirklich zu empfehlen.